Was machst du hier, Junge? Ich gehe nach Hause, Sir. Du suchst doch keinen Ärger, Kyle. Ein bisschen, ich scheuess ihn. Hands on. Es ist wieder soweit. Wir erwarten 20 Leute, die um einen Truck herumstehen und ihn mit einer Hand berühren. Tag und Nacht, bis nur noch eine Person übrig ist. Mit der Hand am Truck wohlgemerkt. Und die gewinnt den Truck. Nicht ein Wort. Du hast nichts gesehen. Ich brauch den Truck. Ist das nicht gefährlich, einen Haufen Leute in der Hitze rumstehen zu lassen ohne Schlaf? Nein, es ist ein Spaß. Ab nach Hause. Ich nehme meine Hände nicht voll. Mach's gut, Pete. Hey, lass rein, nimm ganz los. Die Sirene geht gleich los. Komm in die Gänge. Pause ist vorbei. Du willst doch den Truck gewinnen, oder? Es ist ein Spaß, das kann ich dir sagen. Glaub's mir ruhig. Echt riesig. Hands on steht kurz vor der 50-Stunden-Marke. Ich muss sagen, ich rechne mit über 100 Stunden. Hey, hey, Biloxi. Schwitz bloß nicht auf meinen Truck. Oh, say, can you see? By the dawn's early. Was willst du, warum die Leute kommen und uns zuschauen? Das ist eine Show. Eine richtig gute Show. And the twilight's last gleaming.